Im Ahoi Biergarten in der Blicherstraße in Kassel, dort könnt ihr diese schöne Kunst sehen, die auch zur Dokumenta gehört und danach Bier trinken, was schönes essen und dann sie vielleicht auch mal ein Tripod bieten, so wie wir das gemacht haben. Wir hatten viel Spaß. Guck mal, kannst du auch treten davor in den Parklinien? Volli Schatz, guck mal. Video. 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 Die einen haben noch gute Miete, um sich da rein zu fahren. Ich habe wenig Zeit. Drei Mal in einer Woche. Das ist total. Die Fische ist immer schön. Alter, was anstrengend. Warte gut einfach. Ich habe nichts Schönes gebringt für mich. Kannst du auch nach vorne fahren, wenn du musst? Das freu ich mich jetzt nicht. Oh Gott. Wo denn? Wo denn? Ah! Ich habe noch was gesucht. Warte mal. Hallo, lecker. Ich bin ein paar Fasen. Anfänger. Der hat halt noch einen Sonnfraschbär. Ja. Auch den Baum, oder? Weil da ist noch die hier. Aber da kommt ja so ein bisschen. Wo geht der denn? Der da? Komisch, neuer. Der läuft durch die Strafe, geht in den Park. Der ist ein ganz Junge. Der ist ein ganz Junge. Die anstrengend. Oh, da oben sind die älter. Ja. Eigentlich, das könnte ja auch bleiben, ne? Ja. Ja. Das ist wirklich schön, ne? Ja, es ist gruselig, aber es wärmer schön. Das ist hier wie so eine Blühwiese, ne? Keep smiling. Warte mal. Nein, wir müssen auf den Arsch halten. Juhu. Wir müssen mal aufpassen, wo wir langfahren. Hier am Hiroshima-Ufer seht ihr jetzt die Spitzhacke von der Dokumenta 7 und die ist Kult in Kassel und ein schöner Treffort. Die Dokumenta geht noch bis zum 25. September, kommt nach Kassel. Liebe Grüße. Dant alle die Japon-Uferen vom Durchschaden mit der Dokumentum. Die Dokumenta geht noch bis zum 21st, Jesper in armored Inferiat kosten choziehen. Wie geht es AmAMA, nach Häusern mit Kassel?